Die Touristen ist bei Touristen sehr beliebt. Gerade wegen der vielen Trekking-Touren ins Annapurna-Gebirge. Der internationale Flughafen von Pokhara war erst vor zwei Wochen eingeweiht worden. ...say a shotgun was fired from a moving black Toyota as mourners left a memorial. ... From Chess Blues Piano Greats, that was Hotel Blues, Johnny Horn. ... 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